Guten Morgen, Gott ist sehen, ich wünsche dir in dir sehen, in scheinem Dach. An Zwiebelversch von dir ist in Johannes einverschneiden, finde ich. Der sagt, am nächsten Dach sagt Johannes, dass es nur sich ab zu kommen und seht. Tick, dort ist Gott sie in Lohn, durch die Welt, der der Sünden weichnimmt. Du hast eine Olle, über eine Wortegeschichte von den Mohnen, durch den Ütl und Dresen dort. Willst du deinen Sinn nachzumreißen in eine Tür, wie? Sache, dort du ganz boven auf die Spätztürk in eine Form wie von einem Schub. Einer von den Prädern am Freunden hat, wo du dir bedienen hast, dort du einen Schub auf dem Dach wie. Verteil des Prädern, wort du passiert wie in Hesed. Willst du diese Körg gebührt wird, während du was Abwehr auf dem Dach boven, du dich hoffen, in einer von dir, der verstopft sich durch den Fall vom Dachruf. Der andere Männer sagen am Raufholen, in die größte Angst, wanken sie wirklich nur ein, nur, ob dort das Bräder wird sein, der durchgekommen. Aber zu ihrer Überraschung wird den Mohn nicht dort, aber wir weniger werden. Du, wie gleich über den, nachher Schub verbiegen. Wenn uns das Mohn draufgefallen wird, wird hier, ob ein Schub abgefallen. Dort schubt, ob wir zu durchgekommen, aber den Mohn, wir weniger werden. So diese Figur von dort Lohn, auf dem Dach, wir nicht bis allein, tun wir über das nur denken, ob er sonderlich dort alle Menschen soll und weiten, wo die Handtäume, am Ende zu erinnern, dort die Sehngottes in die Wald gekommen wird. Und wenn jeder neun zu sterben, außer Lohn Gottes, die Seier treuhaftig verschweift sagt, doch wir hier werden unsere Sünden verletzt, heute brüch und wir uns vergehen durch. Ab am Lach, der Struf, der uns Helmjöck, durch euch dort heute die Schlechtrich sind wir gesünd. Möch Gott die Wiedersehnen, in den Gesehenen scheuen Dach geben.